Also ich habe jetzt eine neue Speicherkarte gekauft für meine neue Kamera und ich hoffe, dass ich damit jetzt auch ein Video machen kann, was länger als sechs Sekunden anhält und bis jetzt scheint es super gut zu funktionieren. Und falls ihr auf die geachtet... Nein, es ist nicht 20 nach 8, es ist 20 vor 4 nachmittags. Ich bin mal nachmittags wach, es ist hell draußen, es ist hell und ich bin aufgestanden, um eben mir diese Speicherkarte zu kaufen, mit der ich jetzt, wie es scheint, auch fähig bin zu filmen. Und das finde ich unglaublich super, weil ich dann endlich ein neues Video machen kann für euch. Was ich dann doch schon mit meiner neuen Canon EOS 600D machen wollte, die ich jetzt seit einem Monat oder so habe. Oder seit drei Wochen ungefähr. Ja, ist wie gesagt daran gescheitert, dass ich keine fähige Speicherkarte hatte. Jetzt habe ich mir eine 32 GB Karte gekauft und das ist jetzt erstmal nur ein Testvideo, damit ich mir angucken kann, wie das von der Qualität her ist.